Musik 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 Ich glaub du bist heiß, ne? Ja, jetzt war ich schon neun schon So Hier kommen Sie Unser Musik 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 und Schöpfige Jannik Kuh und René Erzle. Seid ihr eigentlich bereit für die nächste Gruppe? Alles Wurzungsmuster, alles Wurzungsmuster. Klaus, dass du was gehört, du musstest, glaube ich, machen. Ja, also René Erzle hat mir gerade eben verraten, dass er das gehört hat von Handkiss mit 3. Vier, Nummer 2, Julio Donati. Vier, Nummer 3, Leon Alcun. Und Vier, Nummer 16, der stellvertretende Kapitän Städtolzell. Wir freuen uns natürlich auf die Nummer 18, Freunde, Vier, Nummer 16. Wir freuen uns auf die Nummer 24, T.F. Usman. Und für Nummer 26, der Kapitän Nico Gunner. Mit der Nummer 14, Alexander. Neu bei 19.5, Mitte Nummer 4, Abzuhung. Ja, hallo. Das ist schön von, Männer. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Wir freuen uns jetzt auf unser Mittelfeld von Mainz Nummer 5. Wir sagen herzlich willkommen, unsere Nummer 5, José Rodrigues. Und für Nummer 6, Dani. Wir freuen uns auf unsere Nummer 7, Robin Kweizen. Applaus Hier ist der leifende Farber und Kinema, Levin Astorali. Applaus Wir freuen uns auf unsere Nummer 17, das ist... T.F. Usman. T.F. Usman. Applaus Und für Nummer 20, hier kommt der... T.F. Usman. T.F. Usman. T.F. Usman. Applaus Super, Herr Fabian. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Nummer 23, Suat. T.F. Usman. Hier und heute auf der Showbühne von R.P. 1, Mitte Nummer 25, Jean-Philippe. Ja, Philippe. Ja, Philippe. Wir begrüßen mit dem Nummer 28, Philippe. Wir begrüßen mit dem Nummer 28, Philippe Klemel. Applaus Hier auf der Bühne begrüßen wir jetzt mit der 38, Gerrit Holtmann. Neuem Team beim 1-0-5 und gestern ein Riesenspiel hingelegt. Uns mit dem Mark 4, Alexandru nach Schies. So, damit ihr wisst, was die Spiele jetzt machen, die gehen jetzt da hinten hin. Wir blasen zum Sturm von Mainz 05. Er hat gestern zwei Tore eingeschenkt. Wir fahren in der 501. Ein 1, Oploschinovi. Er kommt auf die Bühne, unsere Nummer 1, Arneil Berggring. Applaus Wieder Nummer 21 begrüßen wir Karin Olesivo Applaus Er ist nach Horst Rubisch das größte Kopfballungeheuer in der Europa. Wir begrüßen in der Nummer 32, Pablo! Der nächste Spieler ist neu und ich habe ihn jetzt bei allen Spielen gesehen und das ist nicht eine Verstärkung. Wir freuen uns auf die Nummer 14, auf Viktor Fischer! Ebenfalls neu im Trikot von 1915, wieder Nummer 19, Tienan Koto! Und mit der Nummer 36, Alon Seidel! Manchmal sind ja auch die Kurse der Antworten, die man sich aufmacht. Ich wundere mich ja immer dann, wir hatten letztes Jahr seine Sonne zu hinterm Weiß. Und hat es einmal die Kurse hinterm Weiß. Wir begrüßen Daniel Fischer! So, er heißt neu im Team als Teammanager. Ich sage euch, ihr macht einen super geilen Job! Wir begrüßen hier Darius Salbert! Wir haben keine Tierhalter! Stefan! Er war übrigens auch Torschützen des Monats. Bei dem Spiel war er Stadionsprecher. Und ob ihr es glaubt oder nicht, als er getroffen hat, war es erst mal Spaß. Ich wüsste gar nicht, dass er lang nicht mehr gegangen ist. Aber er ist sensationell. Du hast so gelebt, oder? So, ja, so ist es so, als sehe ich jetzt auch nicht aus. Wir begrüßen als Co-Trainer Jan-Moritz Lichter! Und hier ist er, unser Dringel, Sandro! Und hier ist er, unser Dringel, Sandro! So, wir haben natürlich nicht mehr das Profi-Team, sondern wir haben auch die U23. Und die haben genauso das Recht, hier oben zu stehen. Und deshalb darf ich euch auch bitten. Ich rufe jetzt alle zusammen. So, also bitte noch mal einen großen Applaus! Wir freuen uns auf die Nummer 3, Fabian Schau! Die 4, Stefan Ehrich! Die 5, Noah, Frau Schocki! Mit der 15. Schleswig-Holstein-Bach! Mit der 20. Schermin-Häusel! Die 21. Wir freuen uns zu begrüßen, den Co-Trainer, ein alter Bekannte, früher war Mainz 05 gespielt, jetzt Co-Trainer Fabian Graber! Und neu im Team und herzlich willkommen, unserem Chef-Trainer, Dirk Kuhner! Ben! 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 Wir machen jetzt heute noch die Autogrammstunde hin. Auf die Autogrammstunde. Und dann holen wir die rein. Ja! Ja? Okay. Bring ihn hoch.